Ne Villa, okay? Mh, wollte ich auch sagen. Okay. Villa, Junge, über zwei, das soll doch nicht so lange dauern. Äh, doch. So, wir sind jetzt dann auch live. Wir bauen jetzt irgendwie ein Haus. So, drei, zwei, eins. Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft, ne, nicht Folge, Livestream. Zu meinem zweiten Livestream mit brunutum669 und wer hat gesagt, dass wir schon anfangen? Äh, ich... Lass mich doch mal kurz. Gut, Frau. Wir fangen noch... Wir sagen, dass wir schon anfangen. Ey, Janne, komm mal her, Janne, komm mal her. Ja, wir haben jetzt hier... Hast du dir das unter dem Haus noch vorgestellt? Wolltest du das bauen? Sag mal, wo bist du? Wir haben hier... Ich hab ein paar Gäste eingeladen. Einmal den... Hier bin ich, da unten. Den, äh, brunutum669. Das ist ein Brunnen, Alter. Hi! Wir fangen noch gar nicht an. Äh, doch. Achso. Ja, Dave will eine Villa bauen. Ich finde, Villa ist viel zu groß. Ah, hör auf! Wir fangen noch gar nicht an. So. Okay, Gott, seid ihr lost. Ich konnte mein Intro gar nicht sagen. Mittler Dave? Ja. Wir fangen noch nicht an. Abonniert die bei mich als Filmbuch. Abonniert mich gerne. Jungen, holen wir und es verarbeitet. Wir fangen noch gar nicht an. Wir fangen noch gar nicht an. Oh, wie kann ich euch leiser machen. Ja, wir machen heute ein Bild-Battle zu viert. Und als erstes bauen wir eine Villa. So. Luis, du gehst auf deine Seite. Wenn ich dich einmal da drüben sehe, dann wirst du im Überlebensmodus gesetzt. Dann musst du dir alles hinterher. Hier meine Seite. Nimmst du dir alle deine Sachen ab? Hier meine Seite. Luis. Hier kriegst du ein Birkenholz. So, da ist deine Seite, hier ist Dave's Seite, hier ist Yannick's Seite, hier ist meine Seite. Als erstes bauen wir eine Villa. Wordedit ist erlaubt. Also, Yannick, keine richtige Villa, aber halt so ein Haus, sagen wir es mal. Ein Villa, Haus, alles was so gut. Wordedit ist übrigens erlaubt. Das was? Wordedit. Wordedit. Super, dass ich der Einzige bin, der das kann, ne? Ja, kann auch sein, wirklich. Ich kann das gar nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also, ich kann ein paar Sachen, aber... Ich kann nur slash kill. Und Leute, ja, das machen wir. Ich auch. Achso. Wir waren für 20 Jahre. Was? Na toll. Ich hab's schon eingegeben. Jetzt muss ich alles wieder lösen. Nein, genau. Ich hab's schon eingegeben. So, der, der einen kickt oder einen bannt, der, äh... Wird selber nur kickt oder gebannt. Ne, der ist dafür verantwortlich, dass man entbannt wird. Und ich sag euch, es ist nicht so einfach, dass man einfach nur U-Bahn eingibt. Da muss man richtig auf die Website von unserem Server erstmal gehen. U-Bahn? Und da muss man da auch seinen Code eingeben. Und das dauert ein bisschen. Und wenn ihr hier auf die Idee kommt, jemanden zu bannen... Ach, keine Sorge. Mach ich nicht. Ich weiß nicht mal, wie das geht. Ich auch nicht. Ja, ne, und ich will zu den Schlecheln, Michael. Die Bummis, alter. Ich weiß schon, wie man bandt. Ich hab's sogar schon gemacht, aber deswegen wohl ich vielleicht... Das ist traurig. Ja, deswegen würde ich vielleicht schon... Von einem Server, von Leuten, die mit ihm schreien. Das sieht so hässlich aus. Also ich geb mir Mühe. Leute, ich will sagen, dass wir nicht in den Game-Mod 3 gehen und jetzt schauen, was die anderen machen. Nein, das ist verboten. Ich weiß nicht, nein, nein. Alles gut. So, wie hab ich das jetzt gemacht? Ne, wie hab ich das gemacht? Lewis, ich weiß nicht, wie... Darf ich extra Punkte am Anfang schon bekommen? Ne, du hast sogar Minuspunkte, weil du neu bist. Ja. Die Neun sind immer die Opfer. Ja, die Neun, die nix tun. Die Neun sind ja nix tun. Ja, also du. Also du. Ja, genau. Genau. Ich weiß nicht, wie groß das Haus werden soll. Ich auch nicht. Ich baue einfach so, wie ich will. Ich hoffe nicht sehr groß, weil ich bin schlecht im Brauch. Ich bitte eine mittlere Größe. Die haben freut... Die haben freut sich. Und Leute... Also... Also die Leute im Last finden. Ich wollte nur kurz auf ihn. Hey, heute so... Äh, in der Schule. Ich nenne keinen Namen, keine Sorge. Wir gehen auch in die Schule. Ja, nee. Ja, wir denken das. Luis. Und Luliko? Ey, der... Äh, Luis, wäre ja nicht so. Oh, jetzt hätte ich das mal gesagt, dass ich in der Schule gehe. Und wäre ja nicht so, als würden wir uns die Kinder anhören, Digga. Die zum ersten Mal ein. Weißt du, wir hören uns wie 80 Kinder. Also, lass mich doch jetzt mal erzählen. Also, auf jeden Fall so... Hört ihr, was ich hier mache, Alter? Hört ihr das? Nö. Ja, klicken. Ich hör nichts. Warum hab ich Santa im Inventar? Ich nö. Ich nö. Äh, und Leute, auf jeden Fall... Heute in der Schule, wir sollten so sagen, äh, was... äh, was wir am gut können. Was sagt Blumi? Erstmal, äh, ich kann gut in nem Videospiel Häuser bauen. Ja, kann ich auch. Ich kann gut Häuser bauen. Ja, und was ist das erste in Haus? Ja. Ich weiß nicht, ob ich gut bauen kann, aber ich probier's. Ich weiß es auch nicht. Ja. Ich probier's. Äh, doch. Weiß gut. Meine wird locker so ne Baracke sein, die immer in den Hartz IV-Fördern gehen. Aber ich hoffe, wir machen nix mit Redstone. Habt ihr die am Video gesehen? Habt ihr die am Video gesehen, wo, äh, irgendwie ich gegen ihren Supermarkt, äh, Supermarkt, glaub ich? Ja. Habt ihr das gesehen? Ja. Äh, so wird ein von, äh, ein, also das erste aussehen. Wie ein, äh, wie ein Schrotthaufen. Wie ein Schrotthaufen. Und ein Jappi. Machen wir mit Einrichtung oder nur außen? Ich würd sagen außen, oder? Äh, wir können machen, wir können mit eine Einrichtung machen, oder? Ja, fällig. Könnt ihr euch aussuchen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch n' Block bauen, aber... Könnt auch n' Mülltonne bauen. Genau. Ihr könnt auch Yannick's aufbauen, also n' Mülltonne. Ho. Na gut. Luis fängt direkt erst mal wieder an zu beleidigen. Ich schwore. Ja, okay, ich schlafe, okay, ich schlafe. Shit, ich bin vom Sörer. Er kriegst n' Bank von mir, oder? Nein. Bei Beleidigung bitte nicht. Ich überlege lieber, was du... Hüte deine Zunge, äh, Luis. Okay, ich lasse. Sonst fliegst du genauso schnell vom Gymnasium, sonst fliegst du genauso schnell vom, äh... Sörer wie vom Gymnasium. Ja, genau. Ich flieg vom Gymnasium nötig. Ja, ja. Das war uns. Oh geil, wenn ich Liam's Dream nebenbei anhab, kann ich gucken, was er baut. Och, nee, bitte nicht. Nein, wir machen das nicht. Ja, wir haben gesagt heute. Das ist verblöckend. Ich weiß nicht, ob man's gut wird. Ist das schlimm, wenn man's scheiße wird? Äh, nee. Dann haben wir was gemeinsam. Ja, wir machen ja nur Abtümmungen. Wer besser gebaut hat, wird ja nicht so... Wer schlechtes baut, der wird ruhig sein, weil... Okay, genau. Wer wird als Jahr wohl noch übrig bleiben? Und dann ist vielleicht noch so ein Fünf da rein, so... Kann ich mitspielen? Jawohl. Nein. Aber wenn Zuschauer mitspielen, wir sagen, nein, oder? Nein, nein. Dann gibt's ne Schelle. Dann gibt's ne Schelle. Das wird Ärger geben. Das wird Ärger geben. Oder lasst die Zuschauer mitspielen. Nee, nur, wenn ihr nem Dings überlebt. Ich hab noch nie ein Livestream gemacht, also weiß ich nicht, wie man... Ich schwöre, dir wird auch niemand zuschauen. Mir schauen gerade zwei Leute zu. Ja, mir schaut das gerne. Ja, Liam und Luis. Liam, ich muss auf seinen eigenen Chat gucken. Ich guck nicht. Der weiß ja nicht mal, wie der heißt. Ach so, ich dachte, du sagst jetzt... Er weiß ja nicht mal, wie alt er ist. So, hoffentlich funktioniert. Oh, mein sieht so schlecht aus. Dito, willst du mal kurz rüberkommen? Ich würd sagen, ich und Luis brauchen zusammen. Weil wir beide gleich schlecht sind. Wir wollen weiter, ja. Zwei verschiedene Kreuze, äh, Plots, sagt man. Kreuze? So, ich hab eine kleine Sache schon mal, äh, fertig. Äh, die Außenwand. Die Außenwand. Ich hab die Tür mal versucht, so ein bisschen mit... Also ich bin auch gerade bei der Außenwand. Ich bin auch gerade bei der Außenwand. Ich hab versucht, die Treppe so ein bisschen... Meint, die sah nicht mal so schön aus. Mein Haus ist fast schon fertig. Meint so nicht. Aber bist du schon bei Erinnern, Janik, oder was? Janik hat das gebaut, was ich ihm gezeigt hab, am Anfang. Warla? Hast du noch ein paar Blumen hingemacht? Dann kriegst du vielleicht einen Punkt mehr. Warla, es gibt keine Punkte dafür, wie, wenn man Blumen hinmacht. Es muss richtig... Echt? Keine Blumenpunkte? Nein. Es muss keine Blumenpunkte. Wir sind ja aber die Blumenmädchen. Ja, du bist es. Ja, wahrscheinlich schmeißen wir uns gleich vom Server, weil wir Blumenmädchen sind. Oh ja, hab ich da vor, hab ich irgendwie Angst. Vor dem Raunzerifen, oder was? Äh, ja, vor Dave und die. Wem bin ich schuld? Angst vor der Konkurrenz. Community. Die müssen Angst vor uns haben, Junge. Wir müssen Angst haben, dass wir nicht hier selbstständig vom Server gehen, weil deren gebaute Sachen so schlecht sind. Ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Äh, ich schon. Sieht nicht gut aus. Nein, ich hab nicht geguckt. Spaß. Ähm, ich verleg' gerade, wie ich das an das zu machen. Nein, ich bin runtergefallen. Ich bin durch die Map gefallen. Das ist mir leider nicht. Bitte versuch' mal jetzt. Na ja, ich würde mich wundern, warum ich durch die Map gefallen bin. Durch die Map, wie kriegt man denn das? Ja, wahrscheinlich, die waren auch kein Wort. Geil. Luis, Luis feiert wieder. Du musst es an den Spawn bauen. An den was? Immer wenn man spawnt, an den Spawn. Immer wenn man spawnt, dann ist man gleich weg. Och nee. Wenn ich vom Training zurück bin, muss ich ja noch was mit den Sponsorenzetteln machen. Das fand ich auch verrückt. Leute, habt ihr schon die Geo-Hausaufgabe? Nein. Habt ihr schon die Geo-Hausaufgabe? Ja, ich hab die schon gemacht. Ja, klar. Ja. Scheiße. Boah. Ich hab die einfach nicht gemacht. Oh, Hilfe. Ich werde einfach irgendwas hinstellen. Kein Beispiel annehmen. Leute, kein Beispiel an mir nehmen. Nicht das machen, was ich. Fertig. Luis geht nur zur Schule, weil er muss. Nicht, weil er will. Ja. Vor allem unsere Chemielehrerin. Sind wir die coolen? Ja. Ja, cool. Also ihr habt ne Schelle. Ja. Ich. Ich. Ich hab mich von ihr angegriffen gefühlt, als sie gesagt hat, dass Janik in der Klasse ist. Ich hab mich von ihr angegriffen gefühlt, als sie heute irgendwas gesagt hat, dass die männlichen Kollegen nicht, äh, das mit dem, äh, Dings, äh, ja, das kriegen wir beide in Strike. Ja, okay, dann sag ich's nichts mehr. Ja, dann sag ich's. Dann sag ich mal nichts mehr. Was ist mit Strike? Was ist mit Strike? Strike nicht irgendwas Gutes beim Football oder so? Nee, ich meinte jetzt, wofür ihr ihn Strike bekommt? Wenn sie, wenn etwas, hm, hm, da. Nicht jugendfrei ist. Hm. Achso, ja. Ich weiß noch, was ich machen musste. Janik hat's verstanden. Heute, ja. Wir hatten ja, wie schon erwähnt, heute Chemie. Janik freut sich. Und, äh, da wurde gesagt, ja, hier, es gibt hier den Pistel und den Mörser. Und, äh, viele Physiker haben, äh, das umgenannt in, äh, Pistel und Reibeschale, weil, äh, viele Menschen, dass, äh, sich da sexuell belästigt gefühlt haben. Ja, weiß nicht. Wie fühlt man sich denn bei Mörser? Ja, sexuell belästigt. Wenn du belästigt bist du, ich kriegst. Geil. Ist alle geschehen. Ich fühl mich, ich fühl mich belästigt, wenn ich Lasse sehe. Oh, 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 oh. Du willst ja keine Namen nennen. Bitte. Ich fühl mich, ich fühl mich belästigt, wenn ich einen Menschen sehe. Na gut. Also einen bestimmten. Also dich. Genau. Wenn ich in den Spiegel kommen habe. Strike. Ich fühl mich belästigt. Bala, wir haben schon sowieso beide nen Strike. Feier ich. Feier ich. Er feiert ja. Jetzt kriegst du dich mit rein. Die sagen, dass du auch was gesagt hast, kriegst du auch ein Strike. Dann sind deine Steher von den Lassen weg. Schön. Es feiert irgendwie alles. Ich wollte gerade ein bestimmtes Wort sagen, aber dann kriegst du bestimmt drei Strikes. Sie bekommen für ein Video drei Strikes, weil sie drei macht. Und warum nicht nur einen, weil es so ist? Der ist so ist. Warum nicht? Ja, das war mal in einem, das war sehr amüsant. Darf ich es erzählen? Amüsant. Was? Darf ich es erzählen? Ja, klar doch. Mach. Wir hatten mal so einen Aufgabenzettel. Da sollten wir unseren Lernteufel eintragen. Lernteufel. Falls ihr es nicht wisst, was es ist, Lia, mal erklär es nochmal. Okay. Also, wenn man sich schnell ablenkt, zum Beispiel vom Computer. Und du iti 2.0 hat dann da hingeschrieben. Lululu, meinst du? Ja, Lulululu hat dann da hingeschrieben. Lulului. Von Lulului. Hat dann da hingeschrieben, weil... Weil hier ich... Eine Sache, Melina, ich kenn dich und ich weiß, dass du es... Was ist denn? Ach, Digga. Seine Internetfreundin ist wieder am Shirt. Oh. Lulala. Was sind seine Freunde? Dabei ist es eigentlich sein... Seine Schwesterfreundin. Wie sagt man dazu in Englisch? Dave? Dave? Girlfriend. Girlfriend. War der Englisch spricht eigentlich wirklich von hier? Also, jetzt wirklich richtig. Also, jetzt muss hier ja auch ein bisschen lehrreich sein. Ja, wir werden ja nichts anderes eingefallen. Ähm... Ich hab heute... Ich hab mich so gefreut, ich hab einfach eine 4 Minus in diesem TI-Dings da gekriegt. Aber wie kann man denn so schlecht in einer TI sein? Naja, indem man dich hilft. Ja. Warum? Weil es so ist. Weil es so ist. Okay, wie viel Zeit haben wir noch? Oh, ich würde sagen, unbegrenzt. Unbegrenzt, ja. Bist alle fertig sind. Unbegrenzt? Geil. Aber jetzt bitte keine 10 Stunden bauen, sonst kann man nur eine Sache bauen. Weil, Junge, ich muss nicht auf. Ja, dann muss ich nur eine Sache mit. Ja, nicht selbst ein Block. Schau, man muss auf. Mein Haus, äh, bitte nicht lachen. Ach, nee. Wenn, dann schon, wenn man mal was zu lachen. Also, ich bin ganz zufrieden mit meinem Haus bisher. Ja, ich finde meins auch ziemlich schlecht. Okay, dann, äh, wer hat der Schwierter, also du ist auch schlecht. Freil mich gar nicht. Äh, wer ist dafür, dass Louis einfach aus Protest raus ist? Ich, äh, das ist aber nett. Mobkreis. Louis ist immer so. Okay, ob wir obfacht. Äh, nein. Mobkreis. Äh, ja, okay. Nein. Ich hab's nicht. Hä? Jetzt, jetzt müssen so ein Intro kommen, so, äh, Micros-Blöcke entdecken mit Louis. So. Was ist das? Seit wann gibt es denn Netherite? Ich entdecke gerade, was ist hier alles gut? Rhylo, sheesh! Also, meine Villa ist ein bisschen asymmetrisch, aber... Was ist asymmetrisch? Ich bin nicht so krägern. Das Gegenteil von symmetrisch. Also schlecht. Aber wir können kein Mathe. Also C-Max. Haha, wir können kein Mathe. Genau, die Einzesten, die Mathe können, bin ich und Yannick. Und wir. Nein, Liam kommt natürlich nicht. Also alle außer ich. Hm, und vielleicht nicht. Und ich. Vielleicht sagen alle und ich. Also sind wir alle schickten Wattes. Oh, das ist wirklich so hässlich. Das ist echt cool. Und es war so, so, so hässlich. Hast du, ich glaube, du hast einmal so vergessen. Glaube ich doch auch. Bin ich ganz glücklich. Dein Bild ist sehr, sehr hässlich. Also Anna, ich muss schon sagen, dein Bild ist wirklich, wirklich hässlich. Dein Bild, also ich muss ganz ehrlich sagen, dein Bild ist sehr, sehr hässlich. Na, Schule, so Jakob. Äh, er so, ich sag zu ihm so, ich hab ne vier Minus. Er so, so schlecht. Und ich so, also, naja, fünf finde ich gar nicht mal so gut. So. Jakob. Hopps. Genommen. Ähre. Von mir oder Jakob? Von dir. Das wusste ich doch. Das ist die andere Frage. Wie lange braucht ihr ungefähr noch? Äh, zwei Stunden. Äh. Hey, Yannick, eine Minute. Fertig. Also ich bin grad beim Einrichten. Hab ich doch gesagt. Ich bin grad beim Einrichten. Ich bin grad auch beim Hausbau. Ich auch. Ey, ich dachte, wir wollten nicht einrichten. Na klar. Ja, gönn dir. Ja, aber wenn ihr noch ein bisschen braucht, dann kann ich doch schon mal einrichten. Ich muss nur noch das Dach machen. Ja. Mhm. Ich weiß noch, diese, einfach, einfach nur diese rechteckigen Häuser, die man vorher gebaut hat. Hey, ja. Und die man immer noch braucht. Einfach, einfach diese Erdklumpen. Ja, genau. Genau. Weil man kein Bock hat, Holz abzubauen. Also weil man nicht weiß. Ich hab mal, hab ich vergessen, mir ein richtiges Haus zu bauen. Eigentlich wollte ich das nur, weil er grad Nacht war. Aber da hab ich mir so einen Erdklumpen, das ist los, gebaut. Und, äh, dann hab ich da ungefähr, äh, keine Ahnung, ein paar Stunden drin gewohnt. Ah ja. Stunden ist das was? Ja, Real-Life-Stunden. Nein, oder? Doch. Traurig. Idiot. Ich weiß. Ach so, was schlecht ist. Äh, wo's, äh, ich muss ganz kurz was rechnen. Eins. Junge, die sind nicht in der Schule, du. Vier, fünf, fünf, acht, neun, zehn. Zehn! Ach, eins, zwei, drei, 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 zwei. Wir können ja mal eine Abschulung machen. Wer denkt, dass er auf die Oberschule gehört? Ich. Ne, ne, du ist noch nicht. Ich denk, dass Felix auf die Oberschule gehört. Denk ich auch. Er so dumm. Wir sind alle einer Meinung schon. Ey, der ist so nicht so klug. Mein dich? So nicht klug. Haha, kapapack. Haha, vier, 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 vier. Einmal erstmal einen Fahrstuhl. Hey, ich muss jetzt mal meine Küsli, vier, 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 zwei, vier, 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 vier. Feier ich. Luis feiert viel. Ja. So, ich muss einmal kurz runter. Ich bin gleich wieder da. Baut nichts ohne mich. Feier ich. Feier ich. Das stört alles mit TNT. Wir sind nicht so ehrenlos außer du. So, ich bin wieder da. Ich mag dich nicht mehr. Junge, mein Haus sieht so behindert aus, das könnte man glatt in die Bücken. Oder wir haben sie gemeinsam. Wenn ihr sagt, dass mein Haus gut aussieht, dann geh ich mich verkaufen. Oder dein Haus ist so gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's mit dem Livestream. Wie hoffe er hat euch gefallen. Erstmal abmoderieren. Nächstes Mal ist Yannick nicht mehr dabei. Offiziell ist er erstmal nicht dabei, weil er sich leider umgebracht hat. Also er hat sich verkauft. Weil jeder mehr Bock auf ihn hat. Weil er sich leider umgebracht hat. Leider umgebracht hat. Leider rieselt der Schnee. Leider hust, hust. Weil wir ihn leider umgebracht haben. Das ist so traurig. Hust, hust. Nies, nies. Nies, nies. Nies, nies. Läuft bei dir. Läuft nicht. Kein bisschen. Mein Hahn läuft. Mann. Mein Wasserhahn feier ich. Was ist das für ein Livestream? Der muss jetzt mal auf 18 stellen. Wenn ihr gerade sehen würdet, was ich denke, ne? Von meinem Haus, ne? Ja. Will ich nicht wissen, Digga. Will ich auch nicht wissen. Das sieht gerade aus wie so ein Lörris, diese eine Ecke. Wer hat da getrunken? Das war ich nicht mal. Was denn? Ach nichts. Das warst du. Ich war gar nichts. Jedem? Redest du auch noch? Ich? Nein. Ja, du. Nee, weißt du? Die Erde. Das ist genau so meine Frage wie... Das ist genau so meine Frage wie... Lebst du noch? Nee, ich bin grad tot. Nein. Nee, ich bin grad tot. Die Steigerung. Tot. Töter. 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 Es ist ein Töter. Ein Töterköter. Ein Töterköter. Töterköter. Mein Gott. Dieser Livestream cringe. Luis, ich weiß nicht, ob du es noch gehört hast im Unterricht. Aber ich hab noch den hier rausgehangen. Also, du kennst ja bestimmt Martin Luther ist deine Mutter. Oh mein Gott. Was ist denn die? Und dann... Feier ich. Und dann hab ich noch... Und dann hab ich noch's nicht, aber... Leute, ich geb euch erstmal einen ganz besonderen Tipp, wenn ihr gescheiß in Deutsch lehrt. Und äh, Englisch mal nicht. Ishi it? Darf ich noch? Dann... Dann würd ich sagen, lernt Englisch. Ishi it? Das Schwein muss mit. Genau. Übernehmt euch. Und sagt es euren Lehrern und sie werden euch hassen. Ja, würd ich auch. Warte kurz. Feier ich. Feier ich. Feier ich. Feier ich. Erster Ansatz von Luis Clown. Äh, Dave, ich sag dir so wie es ist. Ich glaub, Liams Eltern oder... Nein. Nein. Nein, der musste auf. Luis? Sorry, Leute. Der muss auf. Danke. Wir können ja mal schauen, was er gibt. Mal schauen, was hat er gebaut. Warte. Okay, jetzt können wir ja gucken. Aber nur bei ihm, ja? Ciao. Es ist auf jeden... Mir guckt uns grad deine Haust an. Es ist süß, Luis. Es ist sehr süß. Ja. Und vor dem Eingang ist nicht mal eine Stufe. Vor dem Ausgang, meine ich. Also, meins sieht ein bisschen anders aus. Ein bisschen. Meins... Digga, ich bin noch nicht mal lange fertig, Digga. Ich brauch noch eine halbe Stunde hier. Wo ist dann, Luis, dein Haus? Keine Ahnung. Also, musst du nicht sehen, das weiß ich nicht. Na, es ist eigentlich ganz okay. Es ist ganz okay. Also, wär ich ehrlich, das hätte ich wahrscheinlich auch so gebaut. Abonnenten. 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 Was denn? Jetzt schaut erstmal unseren Livestream so. Juch, wie krass das denn sein Haus, Alter? Das sag ausgerechnet Yannick, ne? Ja, guck doch mal bei mir. Ich bin jetzt fertig. Nein, wir gucken noch nicht. Wir bauen noch unsere Häuser zu Ende. Ich bin gleich fertig. Ich noch nicht. Ich muss noch in eine Einrichtung machen. Ja, den Spanien... Ja! Ja, Dave! Ja! Digga, ich bin jetzt mal in eine Einrichtung machen, ne? Ich bin gerade mal beim Dach. Ich bin ja fertig. Ich kann ja bei euch gucken. Nein. Ich brauche ja nichts mehr. Juhu! Ja, aber... Ey, geh rüber! Geh rüber! Ich bin schon fertig. Ja, aber dann kannst du doch nicht einfach rüberkommen und gucken. Den ich auch! Weil ich nicht da habe. Weil ich nicht da habe. Alter, verpiss dich! Verpiss dich! Ich schwöre, sonst kill ich dich gleich. Kann ich auch selber, guck. Los! Er hat es dir aber umgebracht. Ne, das war ich. Ey, Manu, du mein Sohn! Du kommst hier einfach... Das ist ein Strike! Ja, du bist doch der, der hier einfach so rüberkommt. Nein! Es gibt uns gleich ein Strike über YouTube, Alter. Warte, er muss ja alles wegspiepsen. Piep, piep, piep. Ich mache dann die Aufrunde. Ich habe nämlich einmal Pieps-Ton. Dann muss ich den Dauerschleif abspielen. Du piep, 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 piep. Wann seid ihr fertig? Ich werde jetzt die Häuser vergleichen. Nein. Da muss ich nicht gut. Ja, ich weiß, du hast es schon tausend. Aber Luis, sein Haus sieht doch gar nicht so scheiße aus. Also, na gut, kommt immer drauf an. Ich habe eben schon Häuser gesehen, die einfach so krass waren. Dagegen ist das selbst mein Haus eine Müllheide. Meine Müllheide! Dann feiere ich. Dann feiere ich. Warum ist hier Erde, Dave? Deswegen. Warum? Warum? So, Dave, sparst du hier die Innere... Warte mal, hör mal auf! Verpisser! Verpiss dich! Ja, nee, hör auf, bitte! Ich wollte das wieder... Warte mal, verpiss! Ich will doch nur die Erde wieder hinbauen. So. Hast früher ein Glück gehabt. Problem beseitigt! Den gleichen Befehl habe ich auch gerade eingegeben. Hast du ihn jetzt gekickt? Nein. Nur gekickt! Ja, nein, nicht gekickt. Ich habe ihn getötet. Gebannt! Janik, bist du noch da? Nein, das ist er nicht mehr. Ich glaube, er muss auch offline. Wir haben zu viert gestartet. Okay, wir sind noch zwei. Okay, mal schauen, was bei Janik drüben abgeht. Okay, warte. Was? Der macht wohl noch... Der ist eigentlich immer so scheiße, Digga. Gar nicht mehr so. Bloß wenn denn die Lampen hier hängen. Sieht bloß vielleicht ein bisschen scheiße aus. Ja. Halt die Fresse du holen. Ey, hier sind Kinder anwesend. Ich habe den Stream auf. Hier, äh... Ach, auf einmal kommt er wieder. Ja, Junge! So, ich bin... Seid ihr jetzt bald fertig? Ich bin fertig. So, dann raten wir jetzt. Warte kurz, wenn... Also muss ich keine... Hallo Dave! Hallo Joni! Hallo Dave! Guck mal, was ich kann. Dave, hör auf mich probieren zu killen. Mann, Dave! Ich hab dir gesagt, verbiss dich! Ja, denn du, Janine, aber... Bleib doch mal auch auf deiner Seite. Du, ich kenne dich gleich auch. Übrigens hübsch am Weg zu fliegen. Ich weiß, was auch für ein Befehl gibt's nicht. Nein, ich bin zu doof, um durch die Nacht zu fliegen. Auch, ey. So kannst jetzt auch... Mein Haupt ist irgendwie so typisch so ein italienisches Grabhaus, Digga. Wo mal Leute beerdigt werden. Meins sieht aus wie ein Asia-Tempel, sag ich mal so. Wenn man das tut. Janine, du kleine Pizze, Digga! Ich hab dir gesagt... Ich wollte es mal ausprobieren. Oh, ich hab dich aus Versehen gebannt. Ich hab aus Versehen Menschen umgebracht. Ja, auf einmal... Ich wollte nur gucken, was passiert, wenn ich das Messer in seine Brust ramme. Auf einmal wird Tee wieder angepisst. Hör auf! Ja, aber du gehst auch... Ja, aber du gehst auch die ganze Zeit auf unsere Seiten. Eigentlich macht man die Wand weg und dann. Und nicht, dass man, wenn man Langeweile hat, dass man den einfach... Junge, mir ist so langweilig, Alter. Ich sterbe. Ja, du, dann baue so wie ich einen Garten noch dazu, wenn dir langweilig ist. Mach dich vor! Ja, dann baue noch einen. Der macht es! Hätte... So, ich bin jetzt übrigens gleich fertig. MeToo. Noch 21 Minuten brauch ich. Sollten wir diesen mal auf jeden Fall mal einen Timer machen. Ja. Bestimmt haben... Es ist immer voll komisch, ne? Wie lange man eigentlich für so ein YouTube-Video braucht. Aber das meiste schneidet man eben draus. Hm. Machen wir jetzt einen Garten, ne? Ja, ja. Aber ich bin schon überall fertig, also kannst du ja nicht beenden. Ein Skrrr. Ein Fralachal. Ein Ballalal. Und ein Lalalal. Ihr werdet so lachen, was ich hier baue. Und du, das haben wir schon mal gesehen. Ich rate euch nicht, in die Luft zu gucken. Okay. Ja, gut, dein Haus haben wir schon gesehen. Wir beginnen aber Game Out 3, okay? Nein. Nein, wir bleiben kreativ, damit wir auch alles dabei gut achten können. Ja, ist doch das Gleiche. Game Out 3 sehen wir doch so... Ach, scheiße. Ich mach' den Baum raus. Ich seh' einfach nur wie bei Yannick eigentlich. Ich hab' ihn umgespawnt, oder? Der wird noch größer, ne? Och, Gott. Aber der zieht übrigens auch in die Beratung an. Na und? Weil das ist so, dass du das behundertst. Das wird allerdings. Da hat er nicht ganz untereinander. Und man bauen aber schon, was die wollten. Okay, ich war auch fertig. Ich erwarte, ich war noch eine Minute. Also... Ja, ich mach' auch noch was. Ich mach' sowieso auch noch mal. Das eben. Ich mach' auch so lange noch was. Ich mach' auch noch kurz so lange noch was. Ich kenn' ja gerne noch, äh... Kennt ihr? Also... Ich hätt' gerne gebaut, aber wir sind einfach hier... weil ich kann die Möglichkeit nicht im Boden bauen. Ich kenn' ja so'n automatischen Pool, mit dem man an- und ausmachen kann. Hm, ja. Hast du im Video gezeigt gehabt? Wachst du holen, Sohn? Kannst du mal bitte aufhören, die Ausdrücke zu benutzen? Ich weiß, äh, kleine Kinder sprechen so, aber... wir sind große Kinder. Also Dave und ich zumindest. Mhm. 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 Okay, also Liam, ich wär' fertig, but well. Also... Ja. Ich brauch' noch 10 Sekunden. Ich baue mal, also, so, dass ihr... äh... Ich hab' das Haus zu einer Seite gebaut. Ich geh' schon mal in Game of 3. Warte, nee, bleibt mal da. Ich baue hier mal so zwei, äh... Noch nicht zu mir kommt, Dave. So, geh' mal zu Luis rüber. So. Warte. Ich... Ich... Mir... Blumen fehlen noch. Deshalb gibt Pluspunkte. Hä? Was wär' der denn jetzt? Das brauchen wir einfach wieder. Das sind wir wieder. Komm. Luis ist ein Mensch, der man nicht so ruht. Wala, wieso ist in diesem fucking... Wieso ist in diesem... Hier ein Loch drinnen? Was hast du... Wo ich's gemacht hab? Können wir den mal... Können wir den mal bannen? Kann ich... Wala, wieso wollen wir... Wala, wieso wollen wir... Warum sollen wir ihn in den Discord einladen, wenn er einfach mal in den Discord-Channel reingegangen wäre, Digga? So, kannst du ihn noch mal einladen, Luis? Nö. Guck mal, was ich geschrieben hab. Nö. So. Er muss einfach joinen. Keine Ahre. Als erstes zu Days, okay? Ich geh in den Spo vill darunter... Sieht eigentlich ganz lustig aus, dein Haus. Sieht eigentlich ganz lustig aus. Eigentlich, aber uneigentlich dann auch nicht. Wenn ihr sehen würdest, was Luis bei mir gerade macht, ne? Oh, dein Baum sieht schick aus. Was ist das? Dein Baum sieht schick aus. Der hat 50 Bäume aufeinander gesorgt. Nein, das ist nur 50. So, ich kann kleine... Soll ich euch mal was sagen? Ich kann kleine Trockenbäume und große Trockenbäume spielen. Ach nee! Also was sagt ihr, werdet gewonnen von euch? Habt ihr euch überhaupt schon... Ich? Ich hab gewonnen. Luis kapiert irgendwie auch nicht, dass er einfach... So, kommt mal alle zu mir. Guckt euch mal mein Haus an. Also wir sehen auf jeden Fall hier schon mal die klassische Tür. Ja, cool, ne? Geh mal in den normalen Modus. Äh, da mach ich grad schon. Warte, warte, warte. Äh, warte mal kurz. So, guck. Luis, geh mal hier runter. Oh, der war... Janik, äh, Dave. Ja. Ja. Ja, wie findest du denn so meine Tür? Mein, äh, hier so mit... Das Highlight hast du noch nicht gesehen. Ist auf jeden Fall stabil, Digga. Ist auf jeden Fall stabil. Das Highlight hast du noch nicht gesehen. Guck mal hier. Ein Pool. Mit, äh, Sonnenliegen. Dieser kleine Janik. So, ich entzieh, äh, Janik, ich entzieh dir mal kurz die Rechte. Ja, er killt doch auch hier Dinge. Ja, aber er killt sie, weil sie... Oh Gott, Digga, ist das geil! Warum hat der Luis gekillt, jetzt ganz ehrlich? Weil er im Weg stand und... Ich frag mich nur, Luis, der denkt immer die ganze Zeit, dass er auf... Äh, der ist doch die ganze Zeit auch auf dem Discord-Server drin. Warum bleibt er da nicht? Also, warum will der das für ihn die ganze Zeit einladen? Und wenn er... Also, wenn du was denkst, ihr werdet von euch gewonnen, von uns 3, 4 gewonnen. Ähm, also das ist ne... Warte, wir machen ne Runde Schere, Stern, Papier, weil das ist gleich... Nein, 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 wir machen jetzt ne Abstimmung, okay? Ja. Ja. So. Und zwar... Wir nehmen jetzt ne... Also, wir machen jetzt verschiedenes Holz. Also, Eichenholz bin ich. Mhm. Fichtenholzbrett ist, äh, hier. Birkenholzbrett, also das ganz helle, ist Janik und, äh, Tropenholz ist, ähm, Luis. Und wir platzieren jetzt hier hinten, auf irgendwo in einem Raum irgendwo. Wo? Da hat er mich auf das Teller. Wir, wir machen jetzt irgendwo hier, wo wir... Wir platzieren jetzt hier, guck mal, mit nach oben, hier ganz nach oben zu Janiks Baum. Mhm. Und da platzieren... Und da platzieren wir jetzt hier, je nachdem, wer welches Block sein möchte, okay? Mhm. Dieser Baum, Alter. Wir machen... Wir machen... Wisst ihr alle, wer... Ihr wisst alle, wer... Genau. Also, ich bin Brett, du bist Stamm. Also, Luis und ich sind Birken, Brett und Stamm. Und... Nee, wir machen das am besten mit Erzen, okay? Also, jeder darf sich in eigenen... Warte, wir machen Farben. Ja. Ich bin grün, äh, Dave, du bist, äh, rot, Janik ist rosa und Luis ist blau, okay? Ja, wir nehmen jetzt immer irgendwie einen roten Block oder was. Und man, und man hat zwei Stimmen, ja? Ja. Na dann. Ich bin rot. Genau. Und man, man darf sich selbst wählen, ja? So, dann noch lila und dann wer noch... Man darf sich nicht selbst, äh, man darf sich nicht selber selbst wählen. Und blau noch, oder? Dann pläne ich mal blau noch mal. Okay, gut. Okay, gut. Dann kann ich nicht mehr... Das ist doch meine, das ist doch meine, äh, hier... Kann ich die mal aufhören? Das ist meine... Dann lass uns doch gemein machen. Geheim machen. Ach so. Ach, du fliegst? Lol. Guck mal. Okay, gut, dann... Denke ich hier hin. Okay, gut, dann geh... Wer, wer? Janik, du kannst anfangen. Wie ist der denn dran gegeben? Ach so. Und nochmal hoch. Moin, mein Tee. Wer ist das? Wie ist das? Wie ist das jetzt der Zoom, komm? Wie wird das Zoom kommen? Fertig. Warte, ich nehm gut. Okay. Warte, wir werden die... Man darf sich nicht... Man darf sich nicht doppelt selber wählen. Okay, ich sag ganz ehrlich, ähm... Wer ist nochmal blau? Luis. Luis. Luis, ja. Also ich sag erstmal wie immer für mich. Und mal ohne Selbstwählen machen, okay? Okay. Und nur eine Stimmung. Okay. Mh, ich würd sagen... Mh, ich würd sagen... Also ich find... Ich halt würd sagen... Nein, wir haben zwei Stimmen. Also ich find ganz ehrlich... Hallo! Die... Ich finde... Die... Äh, hier... Hier ist cool. Mhm. Und ich finde von Luis und Janik... Nee, du darfst nur eine... Du darfst nur eine Stimmung. Lass zwei machen. Einmal das hier sozusagen... Mh, ich finde an sich besser eigentlich... Luis, aber da hat's halt zwei... Oh, stimmt. Der hat einmal halt zwei verschiedene... Einmal Birke und einmal halt noch Holz, normal. Deswegen entscheide ich mich für Janik. Wegen meinen coolen Bäumen, oder wie? War ja nicht wegen dem coolen Bäumen, einfach weil... Weil du... Digga, es gibt's kein Schwarz! Es gibt nur... Es gibt... Du kannst jetzt so rot, grün oder blau platzieren. Na, dann nehm ich rosa. Aber du darfst nicht rosa. Du musst jetzt nicht... Findest du geiler. Man, Junge! Ah ne, nicht Dave! Mann! Jawoll! Gewonnen! Nö, ich hab... Nö, nö, nö! Ich... Ohhhh! Dave baut immer meinen Block ab. Das ist voll kacke. Ja. Ich gewonnen. Guck mal hier, Janik hat doppelt mich genommen. Obwohl... Ja, ich würd' sagen, zwischen Dave und mir gibt's einen Unentschieden. Janik ist... Bist du ein Kick? Kannst du sagen, dass du grad gelieftest? Ja. Hm, das hört sich denn so an. Jusel, Tüfte, Janik oder irgendwas. Irgendwie sowas. Ja, das gibt's nicht mal, du schlaues Kind. Nee, aber irgendwie hört sich das an. Irgendwie hört sich das an. Irgendwinn oder irgendein Geräusch macht er schon. Irgendwie sowas. Genau. Ja. Dann, äh... Wollen wir jetzt mal in den Überleben-Modus reingehen? Nochmal ein bisschen überleben. Warte. Wir machen Überleben-Modus und, äh, jeder hat ein Leben und man muss sich so schnell wie möglich ausrüsten und den anderen killen. Man darf uns überraschen, ja? Äh, nicht. Wie wär's, wenn wir jetzt einfach, äh, Dings gehen, äh, unseren eigenen Überlebenden? Nein, geh doch jetzt einfach in Kreativ rein. Ich hab ne Idee. Wir gehen jetzt zu Beifel. Äh... Wir, äh, starten gleich. Wir müssen uns, äh, so schnell wie möglich Schwert oder so machen und müssen die anderen killen. Man hat nur ein Leben, man verliert seine, und, äh, der hat dann eben gewonnen. Okay. Dürfen wir auch da, also, also, in der Map jetzt hier oder wie? Genau. Komm mal, komm mal. Sollen wir nochmal zurück, oder? So, alle sind jetzt bei mir. Nein, wir, ihr dürft noch nicht. Wir, so. Slash-Game-Mode. Mann. Und ohne Tieten. Ja. Gehört ja nicht. Was soll ich denn erschienen jetzt? Wer war ich denn noch? So, es geht jetzt, so, es geht, es geht ja auch noch nicht los. So. Und, go. Let's go. Achso, warte, noch eine Sache. Noch nicht. Wartet mal kurz. Äh, ich muss noch Difficulty. So, jetzt. Schwer? Dein Ernst? Nein, nein, dass wir auch Hunger bekommen, weil sonst regeneriert man und man kann sich nicht gegenseitig mit dem Holz festmachen. Schwer! Ja. Dein Ernst? Wir sollen heute verrücken. Ja. Hier ist wahrscheinlich Waren und sowas, Digga. Bestimmt ist das Waren, Digga. Soviel zum Thema. Du musst gleich offline, Janik. Ja, ich muss ja auch jetzt gleich offline. Hast du schon vor 10 Minuten gesagt. Vor 10 Minuten waren es auch vor 10 Minuten. Musst du offline. Da seid ihr überhaupt nur auf dem Server. Das wäre natürlich direkt 17, wenn ihr jetzt gequittet einfach seid. So, wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Dein, wir machen mit Feiten, Digga, alles. Ja, aber... Such eine Höhle. Du, wir sollen... Wir müssen uns jetzt nicht... Stable, Bruder! Feier dich, Bruder! Feier dich, Feier dich, Feier dich, Feier dich. Bala, was machst du? Hey, ich kenn dich! Das ist das Ziel! Klinge mich doch nicht ab, du kleine Wassers! Ach, ihr habt jetzt jetzt Steinzeit. Du kleine Wassers, lass mich in Ruhe, bitte! So sind die Regeln! Bitte! Bitte lass mich in Ruhe, bitte! Hör auf, ich hab kein Leben mehr, bitte! Bitte, 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 bitte! Das ist so, geht das Spiel! Bitte, 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 bitte! Ja, ich hab ihn! Du kleiner Wassers, Digga, ich hasse dich! So, ist Yannick einfach noch drauf? Ja, ich hab damit... Du bist damit schon mal eliminiert. Jetzt was zu essen, das ist gut. Du, ich hasse dich, Digga! Ich hasse dich, du! Ich hab dich auch... Haben wir eigentlich ne Karte? Haben wir eigentlich ne Karte? Ne. Ja, hab ich. Ich hab den Problem abgeglichen. Ist doch alles Ende. Ja. So, wo ist Yannick? Du bist jetzt wahrscheinlich... Ich ist auch richtig geil, weil... Weil ich jetzt gerade gerade hier... Kann ich mir... Ich setz mich in Perspectator, okay? Sag mir... Beschreib mir mal so ein bisschen, wo Yannick ist, bitte! Ich bin mir sicher, er ist hier A. Ich glaub, an... Ist er was? Weiß ich mal nicht. Oder war das einfach ein Apfel, der runtergefallen ist? Wie heißt nochmal dieser, ähm... Wie heißt nochmal dieser, äh... Wie, wenn man sich jemand... Spektater. Tele... 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 Nein, ich... Ah, nein, ich bin bei... Ich muss auf. Wo bin ich? Ich muss auf. Ja, warte. Ja, warte. Ich muss auf. Ich komm wahrscheinlich... Vielleicht nachher nochmal. Ja, nachher. Da wiegt's wahrscheinlich nicht mehr. Och man, jetzt finde ich ne gute Höhle. Komm mal! Nee. Ah, ich muss nicht noch einmal schnell klingeln, dann hab ich gewonnen. Ist er nicht noch da? Ne, das ist nicht noch da. Doch, ich bin noch da. Warte, so bist du. Dave. Ja, okay, teleportier mich kurz zu, äh... Ding und... Zu Liam. Und dann gibt's nen Fight. Er hat ja bestimmt jetzt erst... Okay, teleportier mich zu Dave und dann kämpfe ich gegen mich. Ich bin doch schon tot, du. Ja? Teleportiert mich irgendwo hin. Oh nein, ich hab Hunger. Ich brauch dringend. Ja! Teleportiert mich! Ihr kleinen Bastarde! Und mich auch. Was muss ich eingeben, um mich zu euch teleportieren zu können? Slash... Achso, du hast keine Rechte mehr, weil du böse warst. Dave, gib mal ein Slash-TP, äh, Dings-Ding. Also ihn zu, äh, Lumiko. Oder Lumiko zu ihm. Also Lumiko, sein Name oder mein Name und, äh, Dings-Ding. Ach, jetzt find ich Eisen, denk mich. So, könnt ihr jetzt mal hin und machen. So, TP's für mich. Oder warte. Nö. Oh, glaub mir. Okay, ich hab gewonnen. Er ist gestorben, ne? Gut, Dave, dann... Beenden wir ihn erstmal, oder? Wollen wir noch mal kurz auf unserem Server? Aber das dauert dann wieder so lange, ne? Ja. Ja, dann, äh, beenden wir den Livestream. Und, äh, ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ihr mehr hiervon wollt, dann, äh, ich fenn jetzt nochmal da in diese Monster-Menge rein. Mal sehen, wie viele von mir die da sind. So, und du kannst mir das nochmal gleich und zeigen. Und drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay, sieben Sekunden. Sieben Sekunden. Ja. Mal zwei, den zeig ich mir ja erst nochmal schnell, wie man Mods installiert. Ja, aber vor allem endlich den Livestream. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Like da und abonniere doch gerne den Kanal. Ja, und, äh, dann... Tschüss! Dave? Ja? Dein Auftritt? Ich hab tschüss gesagt. Was macht man da? Tschüss! Ja, okay.